Lektion 67 Die Liebe hat dich erschaffen wie sich selbst. Heute haben wir eine wirklich wunderschöne Lektion, die uns in eine Erfahrung bringen kann von tiefem Frieden und Freude und die uns den, was wir wirklich sind, hinter dem ganzen Schleier der Dunkelheit, aller Angstgedanken und aller Selbstbilder, aller Urteile, die wir über uns selber haben und auch über Gott, all diese Bilder, dahinter, da liegt die Wahrheit, da liegt das verborgen, was unser wahres strahlendes Selbst ist. Und die heutige Übung, die kann viel dazu beitragen, dass wir dem näher kommen und dass wir da eine Ahnung, eine Erfahrung haben. Der heutige Leitgedanke ist eine vollständige und zutreffende Aussage über das, was du bist. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Gott hat mich erschaffen wie sich selbst. Wenn man sich das mal wirklich, das mal tief singt, was bedeutet das? Ich kann kein Mensch sein. Ich kann kein Körper sein. Denn sonst müsste doch Gott selbst auch ein Mensch und ein Körper sein. Dann wäre da doch ein Mann, der da oben mit einem Bart, mit einem langen weißen Bart auf einer Wolke sitzt. Nein, Gott ist reiner Geist. Also wenn die Liebe mich erschaffen hat wie sich selbst, dann muss auch ich Liebe und reiner Geist sein. Und die ganzen Bilder meiner selbst, wie ich mich wahrnehme als einen Körper, mit den ganzen Begrenzungen und Bedrohungen, die dieser Körper empfindet, die, das ist nicht das, was, als das, was Gott mich erschaffen hat. Aus diesem Grunde bist du das Licht der Welt, weil die Liebe mich erschaffen hat wie sich selbst. Aus diesem Grunde berief Gott dich zum Erlöser der Welt, weil ich das annehmen kann. Ich kann das akzeptieren, dass das wahr ist, dass die Wahrheit mich erschaffen hat, wahr. Aus diesem Grunde erhofft der Sohn Gottes seine Erlösung von dir. Er wird durch das erlöst, was du bist. Wenn ich so bin wie Gott, wenn ich vollkommene Liebe bin, dann kann ich gar nicht anders als dich wahrnehmen, genau so wie ich bin und genau so wie Gott dich auch erschaffen hat. Als vollkommene Liebe, als Licht, als reinen Geist. Wir wollen uns heute über jede erdenkliche Mühe geben, zu dieser Wahrheit über dich zu gelangen und ganz zu begreifen. Und sei es auch nur für einen Augenblick, dass es die Wahrheit ist. Die Heiligkeit hat mich heilig erschaffen. Die Vollkommenheit hat mich vollkommen erschaffen. Die Sanftmut hat mich sanftmütig erschaffen. Das Seiende hat mich seiend erschaffen. Die Fülle hat mich erfüllt erschaffen. Gott hat mich göttlich erschaffen. Das Glück hat mich glücklich erschaffen. Die Ewigkeit hat mich ewig erschaffen. Das Grenzenlose hat mich grenzenlos erschaffen. Der Frieden hat mich friedlich erschaffen. Oh ja, das macht doch was, oder? Das macht doch, das bringt doch eine Wirkung. Das ist einfach, ja, so eine wunderschöne, sanfte Übung. So spürbar. Und jetzt mal all die Bilder loslassen. Das Ego, wenn es irgendwelche Einwände hat, irgendwelche Kommentare, gar nicht mehr dran glauben, es ist einfach nicht die Wahrheit. Denn die Wahrheit hat mich wahr erschaffen. All diese Körpergedanken loslassen. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Und wenn es sich während des Tages aufdrängen will wieder. Nein, die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Der reine Geist hat mich als reinen Geist erschaffen. Wunderschön, wunderschön, diese Übung. Und so einfach. Es wird heute besonders hilfreich sein, den Leitgedanken des Tages so oft wie möglich anzuwenden. Also wir können eigentlich, ja, so oft wie es irgend geht, öfter in der Stunde, ganz, ganz oft. Und jedes Mal, wenn ich den Leitgedanken anwende, schenkt er mir Frieden, weil er mir die Wahrheit schenkt. Ich muss nicht mehr an diese Welt glauben. Ich muss nicht mehr glauben, was sie mir hier diktiert. Als Wahrheit. Das ewig Verändernde, Instabile, Beängstigende, Bedrohende. Es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist nur das ewige Gott, das, was nie bedroht ist. Es ist nötig, dass du die Wahrheit über dich so häufig wie nur möglich hörst, weil dein Geist so sehr mit falschen Selbstbildern beschäftigt ist. Es wäre äußerst förderlich, dich vier- oder fünfmal in der Stunde, vielleicht sogar öfter, daran zu erinnern, dass die Liebe dich schuf wie sich selbst. Hör darin die Wahrheit über dich. Und jetzt noch ganz wichtig, versuche in den kürzeren Übungszeiten zu begreifen, dass es nicht deine dünne, einsame Stimme ist, die dir dies sagt. Dies ist die Stimme für Gott, der Heilige Geist, die dich an deinen Vater und dein Selbst erinnert. Dies ist die Stimme der Wahrheit, die alles, was das Ego über dich sagt, durch die einfache Wahrheit über den Sohn Gottes ersetzt. Du bist von der Liebe wie sie selbst erschaffen worden. Und das ist wahr. Und nur das ist wahr. Und alles Übrige ist nicht von Belang. Und das liegt nur an mir. Ich kann mich dafür entscheiden, dass das wahr ist. Diese Entscheidung kann niemand für jemand anders tun. Ich muss mich dafür entscheiden. Und die Macht der Entscheidung ist mein. Die Liebe hat mich erschaffen wie sie selbst. Und das ist mein. Untertitelung des ZDF, 2020